Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video soll es jetzt um das Thema Technik gehen und wie wichtig Technik beim Filmemachen ist. Und so wie ich den Satz formuliere, könnt ihr euch ja schon denken, dass ich mittlerweile ja einen anderen Ansatz zur Technik habe. Ich muss auch sagen, dass es am Anfang meiner Karriere noch komplett anders war. Das hat sich jetzt dann auch gedreht. Und so geht man halt unterschiedliche Phasen durch bei seinem Beruf. Und zwar bin ich jetzt auf das Thema wieder gekommen, weil ich ja wieder so ein bisschen unterwegs war im Internet und dann bei einer Agenturseite eben ja hängen geblieben bin. Und dann gab es eben auf der Seite so einen Vergleich, so eben wie andere Agenturen arbeiten und wie diese Agentur arbeitet. Und da gab es einen Punkt, wo es ein bisschen herausgestochen ist für mich, eben wo ich mir gedacht habe, hm? Also da musste ich irgendwie zweimal irgendwie hinschauen. Da stand eben dran, bei dieser, die anderen Agenturen, die schlechter sind, arbeiten mit minderwertiger Technik. Und diese Agentur, die sich natürlich selbst verkaufen will, arbeitet nur mit Rad-Kameras. Und dann weiter unten gibt es noch einen Punkt eben, ja, wo eben vorgestellt wird, ja, jetzt wird eben mit der und der Rad gearbeitet und mit, dass man eben kinoreife Qualität hat. Und das war auch so ein Satz, wo ich mir auch wieder hängen geblieben bin und mir gedacht habe, ah, kinoreife Qualität, was heißt denn das eigentlich? Und bei vielen immer noch so im Kopf drin, dass, ja, Kino Qualität ist irgendwie so, ja, das krasseste, was es gibt. Und man arbeitet dann nur mit den größten Kameras und alles riesig. Und ja, das ist zum Teil so, aber auch nicht unbedingt. Und man muss auch wissen, dass bei einem Kinofilm die Kamera den geringsten Anteil an der Gesamtproduktion hat. Natürlich gehen da die Daten rein und, aber, aber ich komme gleich noch dazu. Ich möchte ein paar Beispiele nennen und zwar, was heißt denn Kino Qualität? Das würde ja bedeuten, man könnte Kino nur mit den besten Kameras machen. Also klar, Kino ist immer noch so ein Qualitätsstandard, aber das würde bedeuten, man kann mit günstigen Kameras kein Kino machen. Jetzt habe ich ein Beispiel eben von Steven Soderbergh, der ist ja bekannt dafür, dass er eben auch mit iPhones dreht. Und der hat eben, ich weiß nicht mehr ganz genau wann, den Film Unsane gemacht. Ich weiß nur, dass es eben mit einem iPhone 7 Plus gedreht wurde, also jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und der kam auch im Kino, hatte in Deutschland irgendwie 144.000 Besucher. Weltweit weiß ich es jetzt gar nicht mehr, aber hat auf jeden Fall Kosten eingespielt. Dann habe ich zum Beispiel 2016 an dem Film Landrauschen mitgewirkt, als Ohrbeleuchter, B-Kamera und teilweise bei einer Szene als A-Kamera. Und den haben wir auf einer Sony A7S gedreht. Der war genauso im Kino. Hatte irgendwas mit knapp 50.000 Besucher und wir haben mit dem Film mehrere Preise gewonnen. Unter anderem Max Office Preis bester Film. Und liefen eben dann auch auf der Berlinale. Denkt ihr, irgendeiner hat nach der Kamera gefragt? Also heißt dieses Prädikat, ja in Kinoqualität ist irgendwie auch so semi-verkäuflich. Weil am Ende sieht eh keiner oder die wenigsten, auf welcher Kamera das gedreht wurde. Und wie Roger Deakins schon gesagt hat, er ist immer froh, wenn in den Kritiken die Kamera und die Kameraarbeit eben nicht erwähnt wird. Weil dann man irgendwie sicher sein kann, ah okay, man hat gute Arbeit geleistet. Wenn man irgendwie explizit die Kamera erwähnt, dann könnte es sein, dass bei der Story oder irgendwas schief gelaufen ist, dass man dann, ja, sich eben darauf konzentrieren konnte. Und das ist ja auch so, wenn ich selber Filme anschaue, ich achte schon auf Einstellungen, Einstellungsgrößen, Kamerafahrten, aber irgendwann verschwimmt das. Und ich mache mir an sich keine Gedanken, auf welcher Kamera das jetzt gedreht wurde. Und man sieht es ja am Ende eh nicht. Man muss dann immer bei IMDb nachschauen, ob das jetzt irgendwie eine Alexa war oder ob das vielleicht doch was ganz Kleines war. Teilweise, also man sieht es ja wirklich nicht mehr. Also dieser technische oder Bildqualitätsaspekt ist mittlerweile sehr, sehr hinfällig. Ich weiß, ich habe ja am Anfang von diesem Video schon gesagt, bei Kunden oder bei vielen ist es immer noch, je größer die Kamera, und das erlebe ich ja natürlich auch, desto besser denkt derjenige, dass die Kamera ist. Ja, wie oft hat man schon erlebt, dass man halt irgendwie in einer Produktionshalle drinsteht mit, ja, halt seiner normal großen Kamera, großes Stativ. Dann kommen die Leute und sagen eben, und was kostet das jetzt hier? 20.000, oder? Ja, also klar, es ist irgendwie immer noch so größer, besser, aber es ist ja definitiv nicht so. Wir hatten ja diesen DSLR-Boom und mit DSL-Ams oder die Cinema-Kameras sind ja auch mittlerweile alle kleiner geworden. Die Komodo ist ja Mini irgendwie. Noch ein Punkt zu diesem Thema. Ich hatte einen Professor im Studium, der war, wann war das, 2009 oder 10? War der schon sehr, sehr visionär und hat gemeint, also es war, die DSLRs waren noch nicht wirklich, also im Kommen, also vielleicht war es auch 2008, 2009. Der hat gemeint, die Kameras werden in Zukunft immer kleiner werden, man wird auf Telefonen drehen und es kann sein, dass man eben ein Gehäuse baut, ein Fake-Gehäuse und dann vorne eben eine kleine Kamera reinhängt. Und das ist ja teilweise auch so. Also wie man teilweise eben so eine DSL-M aufricken muss, damit sie größer aussieht, dass man irgendwie mehr Legitimität hat. Also bei mir war das teilweise so am Anfang von meiner Karriere. Mittlerweile ist es mir eigentlich auch fast egal. Bei mir ist mittlerweile, klar, habe ich auch einen Rig, aber das hat eine Funktion, warum es dann bestimmte Größen hat. Und klar, wenn ich auf dem Gimbal bin, ist es kleiner. Wenn ich irgendwie auf der Schulter habe, ist es größer. Wenn ich Handheld bin, ist es mit... Also es hat eine Funktion und ich muss da jetzt nicht irgendwelche Leute damit beeindrucken. Und ja, aber mittlerweile sind wir bei dem Punkt, wo man eigentlich auch mit einem relativ neuen iPhone oder Android drehen kann. Zusammenfassend kann man eben sagen, die Bildqualität ist nicht mehr abhängig von der Größe der Kamera. Früher war es gefühlt noch so, eben bevor DSLR, DSL-M kam. Da waren ja wirklich, also klar, eine 35mm analog Kinokamera, hat eine ganz andere Größe wie einen, ja mit einem Drittelchip. Also diese kleinen Camcorder, Sony VX1000 oder was weiß ich was. Also klar, da war wirklich, okay, große Kamera hat an sich eine bessere Qualität wie eine kleinere. Aber heute ist es ja nicht mehr so. So, okay, jetzt haben wir schon mal so ein bisschen diskutiert, dass die Größe der Kamera oder das Buzzword, sage ich jetzt mal, Kinokamera, nicht unbedingt ausschlaggebend ist für die gute Bildqualität. Also klar, in der Regel hat eine Alexa Mini LF oder die Alexa 35 die beste technische Bildqualität. Aber das heißt nicht, dass man mit einem iPhone oder irgendwie auch nicht sehr gute Bilder bekommt. Also wie so oft gilt halt eben, für was produziere ich das Ganze? Welchen Inhalt hat das Ganze? Wie am Anfang schon gesagt, oft ist es ja so, wenn man Film anschaut, man vergisst ja die ganze Kamera drumherum oder die Lichtsetzung und so. Und nur wenn einem bestimmte Sachen auffallen, muss man sich fragen, hä, Moment, warum kann ich jetzt gerade hier auf die Kameraarbeit achten? Dann interessiert die Geschichte mich nicht so. Das ist das Ding nämlich, wenn mich die Geschichte nicht interessiert, dann achte ich auf solche Dinge. Aber wenn ich voll in der Story drin bin, also dann ist ja alles andere egal. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, ich schaue einmal im Jahr eben Herr der Ringe Trilogie an. Und am Anfang denke ich mir noch, ja komm, ich achte mal wieder mehr drauf. Und dann, nee, zwei Minuten und ich bin raus irgendwie so. Also halt in der, was er gesagt hat, zwei Minuten und ich bin drin in der Story. Also das ist es ja eher. Die Geschichte, Location, die Charaktere, die Darsteller, Set Design, Kostüme. Wie gesagt, die Kamera ist am Schluss der geringste Teil bei sowas. Ich denke, man muss sich viel mehr, und den Fehler habe ich auch am Anfang gemacht, viel mehr eben auf das Konzept konzentrieren und auf die Mechanik von dem Film. Und dann irgendwann kommt vielleicht erst der Look. Und für alle, die jetzt vielleicht das zum ersten Mal anschauen, also ich habe ja diesen ganzen Prozess auch durchgemacht. Ich komme von der DSLR, oder besser gesagt, ich komme von dem Mini-DV oder noch davor VHS-Camcorder. Meine ersten Videos habe ich mit dem VHS-Camcorder geschnitten. Dann Mini-DV, dann eben DSLR, dann eben, ja, Pocket-Kameras, C300 Cinema-Camcorder. Und irgendwann dann eben bin ich jetzt bei einer Komodo gelandet. Aber ich habe eben auch bei Projekten schon mit einer Alexa Mini gearbeitet oder mit einer Raptor oder sowas. Also schon sehr viele Kameras und unterschiedliche Kameras durchgemacht. Und am Ende war wirklich alles drumherum viel wichtiger für den Look vom Projekt und für das Gesamtprodukt. Und mittlerweile ist es so, dass ich wirklich bei den meisten Projekten versuche, die richtige Kamera für das Projekt auszuwählen. Ich möchte mich eigentlich gar nicht so sehr darauf festlegen, dass ich jetzt alle Projekte mit der Komodo drehe. Weil oft ist die halt dann auch bei so kleineren Statement-Sachen jetzt hier wie sowas. Also sowas drehe ich mit der Pocket, weil die Komodo hier Overkill wäre. Warum sollte ich hier mit einem 6K RAW drehen? Klar, die kann auch ProRes, aber allein der Aufbau ist ja viel größer schon. Hier, das kann ich mit einer Pocket drehen. Ich habe ja auch schon ein paar Videos gemacht mit einem iPhone. Man könnte es auch mit einem iPhone drehen irgendwie. Also diese Entscheidung für das richtige Werkzeug, für das jeweilige Projekt, das habe ich jetzt erst so in den letzten Jahren so viel mehr kapiert. Davor habe ich auch immer gedacht, nee, immer mit der besten Kamera drehen, die man eben zur Verfügung hat. Auch wenn es einen im Workflow einschränkt, weil damals war es eben noch so, dass man eben eine C300 und wir hatten keinen großen Gimbal damals, ja, dann war die C300 eben nie auf dem Gimbal. Ja, dann konnte man eben am Anfang keine Gimbal-Sachen machen und dann kamen so die ersten Einhand-Gimbals raus und ja, da mussten wir extra eine Kamera dafür kaufen, dass wir das so verwenden können. Und dann hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, okay, wenn wir jetzt da hier Bewegkamera brauchen, dann nehmen wir eher die. Wenn wir eher statische Kamera brauchen, nehmen wir eher die. Damals haben wir es noch nicht ganz so bewusst gemacht mit der bewussten Wahl des Werkzeuges. Mittlerweile funktioniert das deutlich besser, weil ich eben die Projekte einfach besser einschätzen kann. So, und jetzt ein Punkt zu dem Auftreten. Ich verstehe natürlich, dass man, wenn man auch gerade neu in der Branche ist, dass man vor dem Kunden oder vor vielen Kunden immer noch Eindruck schinden muss. Aber da kann ich auch sagen, das ist so, ja, vielleicht auch für die Jugend so ein Ding, dass ich muss beim Kunden keinen Eindruck mehr schinden, weil an sich meine, ja, Bilder überzeugen. Also ich gehe ja auch nicht zum ersten Kundengespräch eben und habe dann direkt meine Cinema-Kamera dabei. Ich kenne wirklich Leute, die haben das schon gemacht irgendwie, so wo ich mir auch denke, hä, das ist schon ein bisschen weird. Weil man wird natürlich dann auch darauf reduziert. Wenn der Kunde denkt, ah, okay, man kriegt jetzt nur solche Bilder, weil der mit einer Cinema-Kamera eben arbeitet. Er muss nicht unbedingt den Begriff kennen, aber er, der arbeitet mit einer teuren Kamera, deswegen kriegt er diese Bilder. Dann kann ich aber jeden beliebigen buchen, der so eine Kamera hat. Das Wichtige ist, warum man euch bucht oder warum man mich bucht, weil man den Stil der Filme haben will oder die Art, wie die Geschichte erzählt wird und nicht mit welcher Kameramann das dreht. Also das ist auch so ein Punkt, den habe ich am Anfang auch nicht so richtig verstanden und das habe ich aber die letzten Jahre gemerkt, wo ich dann eben mein Marketing auch umgestellt habe, wo meine Filme einfach nochmal mehr die eigene Handschrift bekommen haben, dass am Ende die Kamera da keine wirkliche Relevanz mehr hat. Ja, das war es eigentlich schon wieder. Ich habe schon wieder viel zu lang über Kamera gesprochen, aber irgendwie wollte ich einfach mal da so ein paar Punkte besprechen und ich freue mich, wenn es Kommentare zu dem Thema gibt, wenn wir da auch ein bisschen weiter diskutieren können und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Video.